Hallo liebe Kochfreunde, wir machen chinesische Linsensuppe mit Ente. Wir geben 400 Gramm Entenbrust nach Möglichkeit mit Knochen in einen Topf und fügen 2 Liter Wasser hinzu. 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel schwarzer Pfefferkörner. Alles einmal aufkochen und bei niedriger Temperatur eine Stunde köcheln lassen. Zwischendurch den Schaum abschöpfen. Die Entenbrust herausnehmen und die Brühe durch ein Sieb geben. In den Topf 2 Esslöffel Butter geben, darin eine gewürfelte Zwiebel andünsten, 2 gewürfelte Knoblauchzehen, 2 Möhren in feine Streifen geschnitten und 2 Frühlingszwiebeln in Scheiben geschnitten mit andünsten. Dann noch eine Chili halbiert, entkernt und in Stücke geschnitten hinzufügen. 1,5 Teelöffel Paprika und 2 Teelöffel Curry. Den Herd auf mittlere Temperatur stellen, dann die gesiebte Brühe hinzufügen und 150 Gramm rote Linsen. Alles 15 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Haut und Knochen von der Entenbrust entfernen und in Scheiben schneiden. Jetzt 100 Gramm Mungosprossen hinzufügen und die Ente wieder in den Topf geben. 2 Esslöffel Sojasauce und 1 Teelöffel Zitronensaft hinzufügen. Alles 5 Minuten ziehen lassen, damit Fleisch und Sprossen warm werden. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage Danke und Bye Bye. Schaut mal bei uns rein. Wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao, ciao.